So Leute, weiter geht's mit Gebrüllen, nachdem wieder mal das Telefon geklingelt hat. Hast du den Befehl gehört? Welchen? Rom brennt? Ja. Gott sei Dank. So. Jux, kommt mal hierher. Los, los, los. Ja, ja, genau. Peilung. Genau. So. In Position. Ich war gerade auch gerade hier hoch und hatte den Idioten da abgeknallt hier, weil sich verdammte Telefon wieder gedämmelt hat. Das habe ich mir gefressen, wie ein von Schmierseife. Oh. Moment mal, hier kann ich mich da noch unterhältlich dran erinnern. Ach, das ist ja dieses scheiß Theater, wie ich das hasse, das Theater. Solange jemand da draußen ist. Irgendwo hier? Nee. In der Mitte irgendwie ist es ganz oben, ganz weit oben. War immer ein Scharfschütze. Hier ist nichts, Mann. Okay. Aber bleib wach. Ah, da unten ist die Mist da. Oh, da unten ist die Mist da. Ja, das ist ja. Nur durch M5 werden. So. So. Hört sich noch MG an. Oh, dass ich noch will spielen hier. Wo ist es? Ah, da ist es. Ach, irgendwann wach ich dich, wenn alle schon dich misspüren. Ah, noch eher noch. Ich bin doch noch ins MG gegangen, du jetzelblöd. Okay. Okay. Gehst du halt auch noch ins MG. Nein. Ich glaube, ich bin schon rausschießen, mein Freund. Nichts gefunden. Nichts. Okay. Oh, da läuft er noch. Mist. Da ließ er noch. Oh, ich hab die neue gesehen. Ah, hier. Was war das? Zwei Kornickel. Guck ihr an. Noch mehr für dich blöd, Männern. Ah, hier oben hängen sie garantiert noch rum. Aber ich begaste mal hier nicht da. Stecken sich schon nämlich Sterne, die Höhne. Die verstecken sich. Weil die versuchen, sie ihn gerne zu umgehen, die Mistvögel. Nicht wundert, dass hinten noch nicht runtergekommen sind. Vielleicht mal so sagen. Na ja, wo sollen wir hier noch an Kornickel rumstehen? Stecken sich doch gerne zwischen den Dings rein hier. Niemand? Okay. So, Freunde. Ich würde sagen, wir begeben uns mal in eine erhöhte Position. Wie sich das gehört. So hochstandmäßig. Ich würde, dass es hier noch hier runtergekommen ist. Normalerweise können sie doch gerne hier runter. Aber entweder ist hier um diesmal keiner. Ich hatte dieses Theater, muss ich echt sagen, gell. Ich mache drei Kreise, wenn wir einen Speicher punktierten erreicht haben. Ich will nicht, dass jetzt jeder Sonn rausgeschossen hat. Gucken wir erstmal hier runter. Und dann. Okay, in Ordnung. Das wollen wir hin. Ich bin jetzt ehrlich gesagt, ein wenig verblüfft. Ich hatte jetzt hier mehr erwartet. Mehr Leute zumindest. Das verblüfft mich jetzt ein bisschen. Da kommt mal weiter, Leute. Mal links immer gekommen. Gerade hier oben habe ich eigentlich erwartet, dass hier Leute sind. Das ist eine offene Tür. Ist hier jemand noch mal? Wollt uns hier jemand umgehen? Das ist merkwürdig. Das ist auch nicht so wild. Denn, soweit ich mich erinnern kann, war das hier auch eine ganz fiese Angelegenheit. Denn, äh, wie schon bei der Terroristenjagd, spornen die auf ehemal an Stellen, wo sie vorher nicht gewesen sind. Aber auch irgendwie will hier scheinbar gehen halt mit ins große Spiel. Ja? Ich weiß nicht. Ach, hier geht's lang. Oh, da schreck mich doch nicht zu. Bleib mal hier. Im Allschritt. Der macht hier nur rauscher. In Position. Das hier überhaupt gar keiner kommt, ist natürlich... Nee, kommt doch mit her. Zu mir. Hua! Mann, ich habe hier massenhaft Leute im, 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 im Gedächtnis. Diesmal ist keine Sau da. Wir sind beide. Ja, wie soll es recht sein? Aber ich verstehe es ehrlich gesagt nicht. Ich verstehe es ehrlich gesagt nicht. Normalerweise, ich habe, ich habe die Befürchtung, dass hier irgendwas schief gelaufen ist. Denn normalerweise müssten hier mehr Leute sein. Ich habe jetzt die Befürchtung, die kommen, die spawnen nachher nicht nur, nicht nur, dass nachher diese, diese Idioten daher gespawnt werden, die es eh schon einen Haufen ärger machen, sondern auch noch die, die eigentlich schon längst hätten abgeknallt werden. Oder abgeknallt sein könnten. Na, das kann ja was werden. Okay. Ich ahne es schon. Also. Halt. Bin schon verkehrt. Sorry Leute, ich bin verkehrt. Hier bin ich richtig. Oh, war gut. Okay. Also egal, ich habe jetzt nicht aus der Uhr geschaut. Egal wie lange jetzt der Part ist, ob das jetzt bloß 10 Minuten oder 5 Minuten ist, mir auch scheißegal. Da kommen wir nicht durch, Bosch. Ach, shit. Wo kommen wir nicht durch? Auch hier. Wir müssen halt hier durchgehen. Oh, da steht einer. Oh, was war das gerade? Noch einer sein. Oder hat er sich selbst den Luft gesprengt, der Axel? Ne, da ist noch einer. Ach, der hat hier... Der hat hier... Warte mal. Ich stehe noch nicht. Warte mal, bleib mal hier, Leute. Ich habe hier irgendwie so was... So ungute Sachen in Erinnerung. Macht mal hier keine... Hier habe ich nämlich... Ja genau, hier habe ich nämlich immer Dingspuppenschießen gemacht hier. Hier. Hier habe ich nämlich immer... Ich sage nichts dazu. Ist da Geschichte? Ja. Ich muss doch langsam mal einen Speicherpunkt kommen hier. Jetzt habe ich dich, du Sau! Ja. Von links. Ey, das ist zugebaut, gell? Das ist zu, gell? Man kommt hier gar nicht rum. Und die Drecksau, die steht trotzdem dahinter, gell? Ja. Ich wusste, das waren ja lauter solche Fallen. Als ich das letzte Mal gespielt habe hier. Hier ist jetzt die Bühne. Kommt kein Speicherpunkt, gell? Augen auf! Wir sind hier ungedeckt. Jetzt ein Speicherpunkt. So, Leute. Ich spende mal hier den Part. Und... Ja. Sagt einmal Tschüss hinweg, Scheradan LP. Ich bin hier.